In der Waldviertler Idylle des Stifts Zwettl hat der Schriftsteller Josef Haslinger Ende der 1960er Jahre eine streng katholische Erziehung erfahren. Körperliche Züchtigungen und sexueller Missbrauch durch mehrere Patres inklusive. Alles das fasst er nun mehr als 50 Jahre später im schmalen Buch Mein Fall zusammen. Der jetzige Abt des Stifts Zwettl hat dem ORF keine Drehgenehmigung im Stift erteilt. Stellungnahme wäre auch keine möglich, da die Beschuldigten bereits verstorben sind. Der Abt des ebenfalls zuständigen Stifts Heiligenkreuz zeigt sich beschämt und bestürzt. Dort will man auch mit Haslinger sprechen. Haslinger schildert im Buch aber auch seinen Gang durch die Institution der Klassnick-Kommission, die vor zehn Jahren eingerichtet wurde, um Misshandlungs- und Missbrauchsvorwürfe in katholischen Einrichtungen aufzunehmen und Entschädigungen zu zahlen. Haslinger bezeichnet seine Erfahrungen im Buch als kafkaesk. Ich hatte ja merkwürdigerweise schon das dritte Mal meine Geschichte ausgesagt vor der Klassnick-Kommission, bis sie endlich, wie ich dachte, zu Protokoll genommen wurde. Aber sie wurde nicht zu Protokoll genommen, sondern der Herr Michelbach hat gesagt, Sie sind doch Schriftsteller, Sie können das doch sicher viel besser formulieren. Wollen Sie nicht selber das Protokoll verfassen? Vorwürfe, die die Klassnick-Kommission heute so nicht stehen lassen will. Es ist insofern etwas schief gelaufen, dass nicht der Ablauf eingehalten wurde, der auf unserer Homepage dargestellt war, nämlich dass man sich an eine Ombudsstelle wenden soll. Wir haben insgesamt in den letzten zehn Jahren 2250 Menschen, die sich an die Ombudsstelle und dann später an uns gewandt haben. Gleichzeitig sieht sich die Kommission neuen Vorwürfen gegenüber. Der Vorsitzende der Stiftung Opferschutz der katholischen Kirche war jahrelang der St. Pöltener Bischof Klaus Küng. Gegen ihn erhebt nun ein in München lebender Priester den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung und der Medikamenteneinfluss am 6. Dezember 2004. Es war jedenfalls klar, worauf es hinausläuft. Und bevor es zum Äußersten kommen konnte, habe ich mich dann schließlich aus der Umklammerung befreien können, bin aufgestanden und habe gesagt, ich gehe jetzt. Rote hat den Vorfall erst 15 Jahre später angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren wegen Verjährung inzwischen eingestellt. Wenn ich mich hätte rächen wollen, hätte ich die Absicht gehabt, Bischof Küng größtmöglichen Schaden zuzufügen. Ich habe genau das Gegenteil getan. Ich habe mich auf eine rein innerkirchliche Anzeige beschränkt. Der St. Pöltener Altbischof Küng weist die Anschuldigungen in einer Stellungnahme auf das Schärfste zurück. Der ganze Vorfall sei wiederholt geprüft worden. Aus Sicht der Klassnick-Kommission haben die Vorwürfe gegen Küng keine Relevanz. Küng habe sich in die Arbeit der Kommission nie eingemischt. Fest steht für uns, dass die Stiftung, deren Vorsitzender der Herr Bischof Küng viele Jahre war, alle Beschlüsse der Kommission eins zu eins umgesetzt hat. Auch wenn die Klassnick-Kommission seit zehn Jahren Opfer von Gewalt in der katholischen Kirche anhört und Entschädigungen zuspricht, bleibt die Frage, ob genug getan wird, um ähnliche gewalttätige Übergriffe in der Gegenwart und in der Zukunft zu vermeiden.